Also so ein Stollen ist sehr ertragreich, weil man findet eigentlich immer Erze. Und da gibt's noch Lootkisten und überall Schienen, die könnte man später danach mal mitnehmen. Aber ganz ehrlich, das geht jetzt nicht, ne? Also dann liegt es nicht am Server, dass du Bernd Langer ihn hast. Junge, ich knall den Server, man! Also weg, ne? Also echt falsch verstehen. Immer auf die Server gehen, immer auf die Server, geh auf die Hoster. Nein, nein, du bist korrekt. Ja, ich bin nicht der Hoster. Ich lasse ihn ja hosten. Hiermit habe ich die Führung vom Server. Ach komm schon, ja. Du bist wieder drin? Nein, bist du nicht. Frage, wie viele Leute werden, das will ich hier sehen. Ja, kommt der voran. Sollten sie mein Video nicht anschauen. Dann möchte ich hier an dieser Stelle jemanden grüßen. Ich grüße Gabba, äh, wen grüße ich noch? Ja. Den Fett Faktoran. Dann grüße ich noch Tim, nicht? Von Osnabrück. Ich kann kein Klantin aus Osnabrück, aber auch egal. Und ja, wen grüße ich noch? Ich grüße auf jeden Fall... Deine Grossmutter. Ja genau, ich grüße meine Oma. Und ich grüße meinen toten Opa. Hallo Opa. Und ich grüße meine, äh, ja. Bald tote Mutter, wenn sie jetzt hier nicht rausgeht. Warte kurz. Oh je. Na ja. Okay, dann rede ich mal ein bisschen. Ähm, ja. Jetzt habe ich kein Thema zu sagen. Okay. Zum Glück wurde nicht die ein oder andere Mutter von dem Gangster-Jihad abgeschlachtet, wie es sich normalerweise gehört. Ja, ja. Okay. Ja, und geben kannst du. Also bist du wieder... Oh, zwei Kisten gleich nebeneinander. Oh mein Gott, die hat mich so abgefuckt gerade, das glaubst du mir nicht. Kann auch nicht zu passieren. Ja, ich bin gar nicht auf dem Let's Spädinger. Ja, dann muss er wieder wappen. Ja, Krupa ist recht. Poddel mich zu dir, ja? Ja. Oh, Kisten. Schlag. Nein. Nimm einfach die Truhen danach mit. Und die... Ding. Und diese... Äh, Emeralds... Oh nein, das sind die Rücklichte. Das sind keine Emeralds. Wo sind sie hier? Nimm die mit! Was denn? Ja, okay, dann nimm sie. Ach so, ja, okay, okay. Ah, okay, wirklich toll. Ach komm schon. Fokus, fokus. Was, brauchen wir eine Hacke? Eine Hacke hier? Nein, ich hab die Hacke, ja. Ah, wegen der Minecraft. Kids-Card. Hey, ihr gebt27 auf dem zeigten want server, äh, eins. Ah, äh... äh, äh... ähm, äh... äh, ähm, 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 ähm Ja sicher wird es Events geben. Also momentan ist noch kein Event in Planung, aber wir sind ja auch ganz neu. Es wird sicher ein Event geben, wenn die erste mal 20 Leute auf dem Service sind oder so. Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott ich bin hinter dir. Ich hab mich zu dir gepostet. Oh mein Gott. Ich bin in Lava gefallen. Oh mein Gott ich bin verreckt. Dann pass besser auf. Wir sind hier in einem Let's Play. Da darf doch so etwas nicht passieren. Ja ja. Nein natürlich kann so etwas passieren mal. Und natürlich ist es auch ein bisschen spannender wenn wir auch mal sterben. Aber ja was? Können wir die Schienen mitnehmen? Ich will eine Eisenbahn bauen. Ja dann nimm sie mit. Ich kann sie nicht mitnehmen. Ich bin probevoll. Na na. Ja ich auch. Ich steck auf ein paar Sachen weg. Ach komm schon. Ich hab immer alles voll. Ey was ist das hier? Ist das hier Eisen? Das ist ähm... Atomanti... ähm... Atomanti... äh nicht Atomanti... ähm... 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 Bauxite. Das ist für die Pokébälle... äh... für... für... ja... nein nicht für die Pokébälle. Für... für den Hammer, für den Amboss und solche Sachen. Das gab es einfach bei Pixelmon mit. Was ist das das erste Mal? Oder siehst du das? Du brauchst es überhaupt nicht in diesem... äh... sehr... Auf diesem Map brauchst du es nicht. Jetzt haben wir unten ja die Schöne gefunden. Ah... So jetzt muss ich hier noch kurz... ...die Schiene hin platzieren. Sonst... ...despawnt die. Ja. Jetzt. Warte das. Damit ich hier die Schiene tragen kann. Nimm die mein Kahn dort noch mit. Ja. Oh, schön. Nein, ich muss jetzt hoch. Also ich bin voll. Ja, ich auch schön. Gehen wir noch kurz hier rüber. Warte auf mich her, wir gehen zusammen. So schnuckig. LOL, noch eine Minecraft... ZWEI DIAMANTEN! Okay. Ich hab's schon wieder von diesem Teil gefunden. Noch eine Minecraft! Was ist eine Minecraft? Dieser Waggon mit der Kiste drin. Ach so. So. Jetzt... ...müssen wir uns halt hoch bauen. Wo sind wir? Das Haus ist dort drüben. Dann bauen wir uns hier hoch. Warum nimmst du gar kein Eisen mit? Wenn ich voll bin. Wenn ich nicht mal Eisen mitnehmen kann. Okay. Komm einfach dann zu mir. Gucken wir gleich was wir alles erbeutet haben. Na klar. Komm dann einfach zu mir. Ich hab hier einen Weg nach oben gebracht. Ach so und ähm... Warte wo bist du? Einfach ein bisschen hinter mir geht die Treppe nach oben. Ähm, Ding mal. Was hast du denn eigentlich für den Abo Social geplant? Ja, ich werde wahrscheinlich Heiden Sieg spielen. Kannst du auch mitmachen. Ähm, was spürst du? Heiden Sieg. Also ähm, verstecken und suchen. Ach so. Meine Frage hast. Wollen wir nicht mal ähm, Mate in Server machen? So als... Also Server mieten nicht, aber auf einen anderen. Schön. Ja, ich weiss nicht ob das so profitabel ist. Also ich hab mal ein Let's Play angefangen und das kam gar nicht gut an. Ich weiss jetzt nicht unbedingt. Was ist denn Jan das war? Ja trotzdem. Ja, was machst du? Mach das Wasser weg. So das was? Ich denk... Oh mein Gott. Ich sag schon mal was... Ja, geh einfach weg. Ich schau. Ich denk mal schnell. Seit wann gibt's hier Luftplasen? So. Geh mal hoch. Nicht... Nicht scheißen. Nein, schiessen. Was machst du? Du baust mich ein. Okay. Wir sind auf einer Insel. Rausgekommen aus dem Wasser. Neben einer Insel. Meine Frage, bist du schon müde? Nö. Ich glaube ich auch nicht. Oh, hier haben wir Leben. Ja. Soll ich es abholen? Das ist auch nicht. Zuerst mach mal dein Inventar frei. Also wie viele Diamanten hast du jetzt im Inventar? 2. Ich habe auch 2 Stück. Okay. Und insgesamt hab ich jetzt 5. Machen wir uns daraus Schwerter? Nein, wir brauchen noch keine Schwerter. Weißt du? Ja, weil es keine Monster momentan noch gibt. Du musst alles noch einstellen. Warum denn? Weil wir noch alles einstellen müssen. Ach so, gut. Ja, okay. Ich würde jetzt verschlagen, ich mache jetzt eine automatische Dinge. Dinger. Okay. Weizenform. Ja. So. Und ich pflanze hier mal Kölbis und Melonen. Okay. Na, das könnt ihr auch dann bei mir machen. Das passt dann. Dann lasse ich das machen. Okay? Okay. Dann gebe ich dir die Seeds. Ja. So. Ähm. Ich habe hier Porch Chop. So, jetzt. Ähm. Jetzt. Ja, klatsch mal bitte deinen ganzen Squats down hier. Ich gebe dir noch Seeds. So. Ähm. Hier, jetzt kannst du Diamanten. Weed kann ich mitnehmen. Du hast die Diamanten auch, wenn du willst. Also wenn du mal hast. Was hast du jetzt mir gegeben? Ja, hast du nichts gegeben. Nee, ich kann nicht auf deine Tür zugreifen. Hier, bei mir sind zwei Diamanten drin. Unten rechts im Slot. Jetzt haben wir sieben Diamanten. Ja. Ja, das war schon gut. Dann nehmen wir noch lange auf. Also, ich habe ja gesagt, wenn du keine Zeit mehr hast, können wir aufhören, sonst können wir weiter. Na, ich möchte noch lange aufnehmen. Also, wenn es tut. Ich bin doch öfters, also, wenn du mal willst. Ja, ist so. Macht voll Fun. Ey, was bringt ne Iron Bist? Was? Eine? Ein? Ein Iron Bist. Wie hast du das? Ja, das ist meine Kiste. Diese Halbkeller, sage ich jetzt mal. Die hast du gefunden? Das ist die Unterseite eines Pokéballs. Achso, die habe ich gemacht aus Versehen. Ja. Aber bitte schauen, dass sie schön aussieht. Mach sie nicht so hoch. Mach sie irgendwo an einem Hügel oder so. Ja, ich gucke schon. Das ist nicht so. Hast du gerade was zu tun, oder kannst du auch mit mir Erde ab bauen? Na ja, ich will es nicht gerne zu zeigen im Video. Okay, dann, ähm, ich baue die Erde ab und du baue... Ich werde mal die Gegner kunden, weil ich brauche ein paar Sachen, die ich noch nicht habe. Ich habe ein Tut und Tut. Ich habe auch sehr viele Sachen, ich habe Holz und so weiter. Dann kannst du auch... Ich brauche, ich brauche vor allem jetzt momentan, ähm, gerade, äh, Bauholz, vor allem Fichtenholz, die wir noch nicht haben. Ja, ich habe Fichtenholz, 28 oder so. Und, äh, Fichtensetzlinge hast du auch? Ähm, nein. Die brauchen wir auch in der Nähe, damit wir noch mehr Fichtenholz machen können. Ich werde jetzt mal... Du hast nur Oaksetzlinge, okay. Ähm, ich werde jetzt mal erkunden. Ah, da ist ja schon ein Schneebiom. Und werde noch ein paar Sachen mitnehmen. Und hier mal die... Das Zucker anbauen. So. Also gut. Ah, noch Kühe schlachten. Aber diese Kühe schlachte ich hier nicht. Schau, dass du die Tiere in der Umgebung nicht abschlachtest, damit wir die nachher noch können, äh, umzäunen, okay? Ja. So. 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 Ich weiß, wo meine Cousins wohnen. Na ja, Lehm könnte ich da noch abbauen. Ist das Lehm? Ja, das ist Sand. Schade, dass du das Lehm nun...